Hallo liebe Freunde, The Emi Chef ist wieder da. Ich habe vorher schon vorbereitet, diese Sambal Terrasi, Mischung zwischen Knoblau, Schalotten, Chili und Salz und Pfeffer und auch Terrasi, das ist Krabbenpasta aus Indonesien. Ich wollte heute ein Recycling-Essen schon wieder machen. Schon wieder? Warum? Ja, wie ihr sehen könnt, hier an der Pfanne gibt es noch Reste von dem Sambal. Und ich möchte nicht einfach direkt spülen, da kann man noch was machen, nämlich drauf, Hähnchen über Keule, ich habe zwei Stück, ja, das mal so machen. Und dann zwei Stück, eben ungefähr 300 Gramm. Und dann von dem Mixer habe ich noch so getan, Wasser und einfach Wasser. Und dazu Limettenblätter, zwei Blätter. Man kann sowas machen. Riecht schon intensiv. Ich habe das Hähnchen umgedreht und dazu tue ich die getroptete Galanga dazwischen. Und das Wasser von dem Mixer. Ups, haha, was ist passiert? Und danach Deckel zu. Und ich werde mal abwarten, bis es gekocht ist. Ich mache mal ein Hähnchen. Die sind noch an der Pfanne. So. Riecht schon sehr gut. Ich habe Waffe da reingetan und ich warte, bis das Wasser weg ist. Und dann tue ich noch ein bisschen von dem Sambal dabei. Zweimal. Und dann weiter. Riecht schon sehr gut. Und dann noch ein paar Zutaten. Und dann wird es noch ein paar Zutaten. Und dann wird es noch ein paar Zutaten.